Entrückung Eine kleine Schar nur wird am Ende der Erde, mich in aller Herrlichkeit, sehen können. Und diese ist es, die entrückt wird vor den Augen ihrer Mitmenschen, die dem leiblichen und geistigen Tode preisgegeben sind. Denn so wie jene, die Erde verlassen haben, fällt diese der Vernichtung anheim. Das heißt, alles, was in, auf und über ihr lebt, wird von den Flammen aufgezehrt werden, die aus der Erde hervorbrechen und kein Schöpfungswerk auslassen. Doch die meinen werden nicht von diesem Vernichtungswerk betroffen werden, denn ich hole sie zuvor schon hinweg, und der Anblick ihrer plötzlichen Entrückung wird die Menschen in Entsetzen stürzen, denn die meinen entschwinden vor ihren Augen zur Höhe. Doch mich selbst können nur die meinen sehen, wenn ich kommen werde in aller Pracht und Herrlichkeit. Den anderen bleibe ich unsichtbar, weil nimmermehr mich in Herrlichkeit schauen wird, der meinem Gegner verfallen ist. Doch ehe sie zur Besinnung kommen, ob der übernatürlichen Erscheinung einer Entrückung, ist schon ihr Ende gekommen. Die Erde wird sich öffnen und alle verschlingen, die mir abtrünnig sind, und bleiben bis zum Ende. Es ist der Vorgang der Entrückung nicht fassbar für die Menschen dieser Erde, denn es spielt sich etwas völlig Ungesetzliches ab, etwas Wiedernatürliches. Das Unglaubhaft bleibt allen, die nicht an mich glauben und um meinen Heilsplan von Ewigkeit wissen. Und dennoch kommt es, wie ich es euch ankündige. Noch im Leib lebende Menschen versetze ich an einen Ort des Friedens im Augenblick. Sie selbst aber werden bewusst diesen Vorgang erleben und des Jubels und Lobes für mich voll sein. Denn sie haben die treue Probe bestanden. Sie sollen nun den Lohn empfangen für ihre Liebe zu mir und den Glauben an mich, und ich öffne ihnen das Paradies. Eine neue Erlösungsperiode beginnt, und die meinen werden der Stamm sein des neuen Geschlechtes auf der neuen Erde. Nur der Glaube kann solches fassen, der Verstand aber wehret sich dagegen und zweifelt, bis der Tag gekommen ist. Amen Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!